Nö, wir fass. Dann musst du, glaub ich, da unten durch die Tür, oder? Kannst du sagen? Nope. Tür hoch. Ach du schaff' ich das? Ich glaube schon. Ja, muss... Ha! So berechnen, da kommst du noch. Ja. Genau. Hups. Und fertig. So, möchtest du wieder? Ja, klar. Bitte sehr. Alles klar, vielen Dank. Schöner Elchkopf. Jetzt fällt der Kopf noch runter. Klar. Und dann läufst du mit dem Elchkopf auf den Kopf. Ja, ich krieg direkt eine Arena. Ja, ist doch super. Von Great Mother Arena? Nee. Sag doch mal. Sag doch fast so aus. Oh Mann! Bingo! Das bin ich doch gar nicht! Warum springe ich jetzt wieder zurück? Ja, ist da da. Ach, guck mal. Nix! Ja. Das ist nicht von den Leuten abrückt. Wo seid ihr? Ja, komm mit dir! So, drunter durchrutschen. Wer wartet dahinter denn? Oh mies. Komm der denn her? Ich glaub so die ganze Tierlache weg, ich glaub ich spinne. Da ist die letzte Tür, was sie? Oben bestimmt. Ah, kann die Treppe hochgehen. Stimmt wahrscheinlich. Aber da ist auch der Tier. Nein! Was? Wie schnell bin ich denn da gestorben? Ja, der hat ne Gatling Gun, ne? Ja, aber das sie wirklich so viel Schaden macht. Ja, ja. Ey, ich seh schon, wenn dann Kommentare unter dem Video sind irgendwann. Machen sich alle nämlich lustig, dass ich voll der Noob bin und dann irgendwann du alles machen musst. Ja, ach nein. Die sollen das erstmal selber spielen. Ich wette, die haben das noch nie gespielt. Ist eh so ein kleiner Insider. Das Spiel. Ja, das ist echt nicht bekannt. Ich kenne sonst niemanden, der das hat. Außer dich. Seid ihr? Hinter dir ist einer noch. Ich kenne sonst noch. Ich kenne sonst noch nicht. Ich kenne sonst noch nicht. Ach, das ist auch schon da. Ah, super. Todesbringer. Jetzt kommt der Kommt da ja Oh, der ist hoch Adventure Tschüss Ja, jetzt halte ich das wieder runter an Ja, egal Nee, wir müssen noch mehr, doch nicht Ups Nein, 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 nicht Nein Kannst ja mal die Schruffeln nehmen Oder so Oder Maschinengewehr, ja genau Ah, jetzt kannst du drücken Ah, jetzt kannst du drücken Schön Jetzt noch die Tür zumachen Ich bin wieder unten Mann, wir sind da nicht mal unten Oh, ich will da noch rauskommen Alter Gibt's das? Nee, du denkst du Gibt's doch nicht Ach, ich... Mann, ich bin so ein Depp, ne? Du musst zur Wand laufen Wand laufen, genau Oh, ich will das aber nicht Oh, ich will mich nicht Aber ich bin jetzt noch der Fall Abfallung wieder verfallern Ja, jetzt ist das nicht Oder irgendwo nur noch ein Gegner Stilo! Ja, das war's Kaboom! Gut gut und gut Ich bin durchschnittlich? Ja. Das ist 750. Verbesserungsgeschäft. Verbesserungsgeschäft. 1000 haben wir. Kugelschaden. Ja. So. Vielleicht noch diese Fähigkeiten, dass man an Seil und an Stange schießen kann. Von Stange, von Seilen hatten wir ja jetzt. Luftdiepie, können wir uns nicht lassen. Was haben wir da noch? Ausweichen. Drücke L2 um auszuweichen. Aber instant. Super. Und von Simson, oder? Ja. Dann können wir eigentlich von fast überall schießen. Dann können wir immer klettern und schießen. Ideal. Bisschen mehr. Machen wir beim nächsten Level machen wir Lebenspunkte, ne? Ja, auf jeden Fall. Dass wir ein bisschen mehr aushalten, wenn nichts ist. Ich seh nicht! Volltreffer! Guck mal L2 um auszuweichen. Oder R2 war das, ne? Ne, L2. L2. Also ne, diese typische Rolle. Oh, cool. Dass man die nicht von vorne rein schon kann, ne? Ja, okay. Ist ein bisschen... Strange. Aber nein. Also, pass auf. Ich zeig dir jetzt mal was. So. Zeig mir mal was dazu. Ab in die Rutsche! Nice! Wär's gewesen, wenn du's geschafft hättest. Du musst schon vorher kreisdrücken, weil sonst rutscht sie nicht gleich... Gleich am... Ne? Also, sonst rutscht sie nicht gleich danach. Definitiv nicht. Ne, das andere. Das ist doch Auto-Aim. Oh man! Springen und dann gleich kreisdrücken. Jetzt schon kreisdrücken. Sonst macht sie das nicht. Genau. Wird schon daneben, glaub ich. Ne, das passt. Nice. Okay, gut. Da ist doch ein Affe hinterher, ich seh das. Ne, aber... Heilung. Doch. Richtig. Hm? Hoch. Ne. Mal einen Grundseite machen. Hä? Siehst du nicht? Nein. Nicht du? Ja, bist du. Ach, ich bin... Alles komm. Richtig. Oh, verzeiht nur meine... Aua! Hey. Wie soll das denn jetzt gehen? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Okay, das ist auch ein Tor. Ich dachte gerade nicht! Lauf! Spring! Alles explodiert! Der schöne Wein! Nein! Nein! Der ganze Alkohol! Das kann doch nicht sein! Und Werbung! Chilli Dilli, der Personalitätspickle! Die Personalitätspickle! Das sind normale... Chilli Dilli die Persönlichkeit! Nur die Gurken sind das doch nur! Oh, die Gurken sind das doch nur! No Fuss! Ein idealer Snack für alle von uns! Krisp, tender, and tasty, with a bit of Spice! Wie dämlich diese Erbung ist! Das sind Gewürzgurken! Und alle feiern die, als wären das irgendwas! Zum Snacken sind das! Ja, so in kleinen Tüten! Pro Gurke! Oh Gott! Wie dämlich! Vielleicht bin ich jetzt direkt hier... Wo ist denn jetzt? Du musst da rein! Ja! Geh doch da... Nee, gehst du da nicht rein? Kann ich gar nicht! Achso! Dann mach ein Tor! Ja! Da ist ein Affe! Schön! Ähm, da hoch? Oh! Drum und... Und fallen lassen! Huh! Das war zu tief! Ah, das war zu tief, ja! Verdammt! Was soll das eigentlich sein? Ähm, so ein Filmriss! Ein Filmriss soll das sein! Das ist... Clever! Okay, ja... Hä? Durfte ich gar nicht oder was? Nee, dann musstest du weiter nach rechts gehen noch! Mann, ey! Ich bin so ein verkackter Noob! Das darfst du nicht laut sagen, sonst glauben das die Leute noch! Die glauben das doch so schon! Jetzt kannst du! Ah, ich mag diese Musik! Die ist so chill! Ah, ist echt zeig! Den Affe habe ich doch schon! So! Fallen lassen! Und fallen lassen! Und absprengen! Tatsache! Das war's! Du könntest ihn jetzt sogar abschließen! Wenn du ihn treffen willst! Ja, spring einfach jetzt! Verlässt du zu viel Leben! Ach, dann muss ich hier! Ich dachte, wir müssen einfach ihn treffen! Hm! Egal! Egal! Jetzt häng ich direkt vor seiner Nase! Und er trifft nicht! Hehehehe! Nein! Oh ja! Jetzt gehen die Pistolen aber! Ja! Jetzt kann man sogar weiterschießen! Während du weiterschwingst! Ich brauche doch gar nicht mehr! Nee! Runter, ne? Ja! Sehr geil! Sehr geil! Der Todesbringer! Da waren noch Kisten rechts! Äh, links! Stollen, ne? Gefallen mir nicht! Munition plus Null! Ja, toll! Ähm, hier wieder hoch oder? Nee! Da! Dann bin ich hier runter! Ich geh mal da weiter! Rechts! Das ist nichts, ne? Ich seh auch gar nicht, wie dunkel das ist! Ne, ich glaub da geht's nicht weiter! Man da, da, da rechts runter musst du! Da genau! Ne, doch nicht! Hä? Ne, noch ein Stück nach! Links! Und da jetzt... Nee! Oder... Du musst... Ja, da musst du runter! Da links! Oh Gott! Häng dich dran! L1! Drauf zu gehen und der R1 drücken! Ja! Weiter gehen! Ach die, geht doch doch mal! Shoot! Drückt euch lieber! Schädelknacker! Siehste, so geht das schonmal! Ja! Dann werden wir auch von denen nicht mehr so gemerkt! Äh... Ist so dunkel, ne? Ja, es ist wirklich dunkel! Irgendwie... schon! Ich hab ein gutes Absicht, das... Hoch? Ne, rüberspringen! Ah! Ja! Okay, warum ist das so dunkel? Weiterspringen wahrscheinlich... Aber weiterspringen! Geht doch nicht anders! Und da geht's rein! Und da geht's rein! Durch den seinen Vorhang wird man empfangen mit... Maschinenpistolen! Maschinenpistolen! Er steht da ganz gechillt! Das war dieser Aufwärtshieb! Rutschen! Und dann... Zack! Ah, cool! Hab ich den nochmal gemützt! Ah, Punkte! Boah, einfach weiter! Joah! Verdammt! Sieh auf! Ist doch offen! Entschuldigung, Mama! Das Level kommt mir wirklich sehr dunkel vor! Ja, irgendwie schon! Da kannst du dich heilen! Ah! Ah! Das ist ein düsteres Level! Ah, hier ist es wieder! Einfach direkt vor dir! Ja, drei Typen mit keiner Schnitt ausstehen! Und dich einfach nicht abschießen! Und dich einfach nicht abschießen! Hehehe! Hehehe! So, da müsste ich jetzt hoch! Da kann ich hoch! Hm... Anschprung vielleicht? Da hinten? Ich glaube, wir sind kaputt laufen, oder? Ja, oder so! Da waren noch Punkte, hast du gesehen? Oh! Rechts! Rechts von dir jetzt! Weich! Okay... Beziehungsweise jetzt links von dir! Oh, da kommt sie noch hin! Zwei Teile! So! Das ist echt dunkel. Ja, vielleicht sieht man ja in der Aufnahme mehr. Ja, ich gehe mal nachdenken. Erwischt! Nächster! Da, siehst du die Punkte? Ja. Da kannst du einfach hingehen. Weh, ich werde jetzt irgendwann anders hingesetzt. Ach ne, das ist nur, wird der Weiterweg gezeigt. Der Weiterweg. So, und an dem Kamin oder was das sein soll. Hoch. Jupp. So. Das ist doch nicht normal, das ist so schwarz das alles. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich muss nur noch das Level abwarten. Du bist es, der meinen Sohn getötet hat. Meinen Jungen. William Eggers. Warum? Antworte mir! Na los! Hä? Sehr düster. Oh, was außer meinem Leben könntest du mir noch nehmen? Du hast mir schon alles genommen. Sie hat doch gar nicht seinen Sohn getötet. Aber er glaubt das. Die Sohn, glaub ich. Oder so. Du bringst es nicht fertig. Was? Ich schon! Und weg ist er. So eine feige Sau. Ich glaube das Kapitel ist jetzt auch zu Ende. Wir sind schon wieder anderthalb Stunden dabei. Dann machen wir gleich nochmal eine kurze Pause. in der ich mal auch meinen USB-Stick entleeren werde. Ja. In der Hoffnung, dass das vielleicht daran liegt, dass der langsam voll ist. Das ist so dunkel ist. Ja. Das glaub ich nicht. Ja, und das ist die denn im Spiel? Ja. Möchtest du die? Okay. Ich darf die Arena machen. Juhu! Ja. Die letzte Arena hatte ich. Dann darfst du die jetzt machen. Dann ist das mal so ein bisschen Action-Szenen. Dann sind wir schon so die übertriebenen Action-Szenen-Kriege. Super! Auf der Autobahn und dann im Flugzeug. Ja, stimmt. Ich will mal wegflühen. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Und tschüss. Eeeh, ein Baumhaus. Ich glaub nicht, ja. Hier, Till, sind alle oben, glaube ich. Ja, da auch. Da kommst du auf jeden Fall. Du musst einfach hochstehen. Hier? Ja. Dann kommst du da rüber und dann kommst du erst. Ja. Pfff! Was? Was denn? Nur weil da jetzt so ein paar Kisten vor sind, kommt da jetzt niemand mehr raus. Ja. Oh, krasse Musik. Stell nicht die Logik des Spiels infrage. Hä? Da kannst du wieder hochlaufen einfach. Na, okay. Aber da kommst du nicht vorbei. Da komm ich auch vorbei. Ja, jetzt nicht mehr. Doch. Boom. Und es fällt sogar noch eine Leiche drauf. Ja, da kommt wieder so ein dicker. Oh, nein. Die kommen wohl jetzt irgendwie immer. Mhm. Das kann nicht normal sein, dass das so dunkel ist. Jetzt seh ich keinen. Okay. Okay. Das kann doch nicht so viel gewollt sein, dass man sich nichts mehr sieht. Todesbringer, da standen zwei. Hehehe. Cool. Ach, schöner Sprung. So, jetzt müssen wir noch einen Dicken töten. Ups. Ich würde eigentlich hier hoch. Ich bin jetzt nämlich ein Affe. Gruppentherapie. Gruppentherapie. Affenliebe. Affenliebe. Ah, die Trophäe kriegt man glaube ich, wenn man alle Affen in einem Level kriegt. Ah, cool. Das heißt, in diesem Level haben wir alle Affen gekriegt. Sehr gut. Das ist gefällt. Alter, will die Pistolen jetzt abgehen? Naja, Mann. Komm. Oh, Fick. Und wieder voll in die Eier. Ich glaub, das war's. Gut, schlecht und schlecht. Was? Schlecht? Ja, okay. Multiplicator war vielleicht, aber die ist akrobatische. Du hast eigentlich ziemlich krass gemacht. Aber das kam. Das kam von dir. Anil. Abschlusszeit war gut. Okay, gucken wir nochmal hier rein. 2000. Machen wir ein Leben, oder? Wir machen einmal Leben. Jo. Für das nächste brauchen wir 3000. Okay, das heißt, wenn wir jetzt 3000 haben, wollen wir uns noch einmal leben. Oder, weiß ich nicht, vielleicht nochmal einen Waffenupgrade oder so. Keine Ahnung. Oder mal schauen, was die letzten beiden Fähigkeiten sind, die wir da kriegen. Machst du da weiter? Ja, okay. Machen wir weiter. Ja, dann würde ich sagen, spielst du das Kapitel jetzt noch zu Ende. Dann machen wir eine kurze Aufnahme-Pause wieder. Okay. Ich schieß hier mal... Ach, egal. Oder hier ist schon zu Ende jetzt. Das könnte sein. Ja. Ja. Das war's dann auch schon. Ja, 5 von 5. Sehr schön. Sehr nu. Sehr nu. Sehr nu. Ungeladener Gast. Jawohl. Kapitel 7. Das heißt, noch 4 weitere. 5. 5. 5. 8 bis 12. 8, 9, 10, 11, 12, ja. 5 Kapitel. 5 Kapitel noch. Okay. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns... Nein, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.